Könnst du nur, oder wat? Jo. Das wär nett. Der geht nur nimmer aufpassen. Schludert den weg, Mensch! Pass doch auf, Mensch! Wie brugt den Paddel? Komm in den Puschen! Kein Aus Versehen. Bist du sicher? Ja. Komm, Lodus Afer. Das geht bloß Arger. Du Bangenböcks, wie nimmt dat Auto? Das ist Teil mehr wert als dat Boot. Die habt den Sludelsteken noten. Ich nehm dat Auto, du nimmst dat Boot. Wenn du weg bist, wär ich los. Ob die Tür dicht? Die wird weg! Das hörst du noch von den Sniffel, ey. Das hörst du noch mit den Kniffeln? Alles in Ordnung. Desknappen-Konferen Inhalte-Konferen felinekt타gen. Aber in der Fluse-Konferen muss den Kniffel eher nach dem Kniffel. Auf Talks-Konferen Wasser-Konferen Wir kommen doch ins Voren, bis morgen früh findet ihr hier keinen Einen. Mokto, wir haben keinen Teats. Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Kendrick! Gib mir eine! Sie sind weg! Ich will jetzt eine nehmen! Ich hab sie aus dem Fenster geschmissen. Wir machen das! Ahhhh! 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 Ist ja gut! Ahhhh! Was ist? Verarsch du mich? Du hast gedacht, ich bin richtig verrückt, oder? Was, du alter Scheiß? Ist das alles nur Bullshit, oder was? Nein, ich bin wirklich krank. Was hast du denn? Mein Humor ist jedenfalls nicht verloren. Lass uns zuschütteln. Ist das ein... Nein. Klar, das ist doch ein... Nein! Was soll das sonst sein? Das ist ne Mondrakete, ist das. Stromlinien förmlich, wie die zum Mond hochkommen. Mondrakete. Was ist das da oben? Es wär so laut! Es ist ein Mondraketen-Catpit-Dre. Es ist der Wäuse und drückt die Knüppel. Auf sein Mondraketen-Armaturenbrett drauf. Quatsch. Und hier da unten, da sind die Träubwerke mit dem Feuer raus. Verstehst du? Es ist doch eindeutig... Nein, es ist nicht. Willst du gar nicht wissen, warum ich dich abgeholt hab? Nein. Kann nichts Gutes sein. Bestimmt ist jemand gestorben oder so. Soll ich's dir sagen? Nein. Du befährst es ja sowieso. Wir fahren auf die Beerdigung. Okay. Sag, wer ist es? Papa! Ich kann das nicht. Hier auch nicht. Warum hab ich dich geholt? Warum haben wir nicht die Polizei gerufen? Wegen dem da... Keine Polizei. Ich kann das jetzt nicht. Ich kümmere mich nach der Beerdigung darum, versprochen. Du hättest mich springen lassen wollen. Schön hier, nicht wahr? Das perfekte Verbrechen. Er hat die Mordwaffe selbst aufgegessen. Das ist wirklich nicht lustig. Ich... Was ist los? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich hab manchmal so Schübe. Es kommt und es geht. Du kannst bei mir bleiben, wenn du willst. Ich bin müde. Morgen. Morgen. Na, wieder spät geworden gestern? Bis gestern besser mitgekommen. Wer weiß, vielleicht hätte sie deine Traumfrau getroffen. In einer Bar? Ich glaube eher nicht. So, ich muss los. Alles klar. Rätsel, Märchen. Wie kommst du eigentlich auf sowas? Wieso? Magst du keine Märchen? Danke. Äh... Naja, also... Ich find Märchen halt total unrealistisch. Aber... Die Idee mit den Rätsel fand ich echt süß und romantisch. Also... Weißt du auch nicht, wer ich bin, wenn ich um ein Feuer tanze? Bitte was? Mir ist schon okay. Möchtest du noch was trinken? Nee, du. Alles gut. Und... Es ist schon so spät, du. Ich muss los. Sorry. Nee. Aber war echt nett, dich kennenzulernen. Tschüss. Tschüss. Ein Kölsch. Ein großes, bitte.